Willkommen zu diesem Video, in dem ich euch mal ein bisschen etwas über die Ehe zunehmen und so weiter erzählen möchte, denn es sind einige interessante Studien rausgekommen, die sich zum Beispiel mit Intermittent Fasting, alternierendes Fasten und solche Sachen beschäftigen. Wir fangen mal an mit der ersten Studie, die sich mit alternierenden Fasten beschäftigt. Bedeutet, ihr habt einen Tag, wo ihr fast Fastenzeit macht, quasi also gerade mal 25% der Energie aufnehmt, die ihr braucht am Tag und am nächsten Tag könnt ihr ein bisschen mehr essen, das heißt 125% der Energie, also überkalorisch. Oder, wie sieht es aus im Vergleich mit einer Gruppe, die eben kontinuierlich durchgehend jeden Tag 75% der Energie aufnimmt. Hat das jetzt einen Vorteil oder eben nicht? Das Ganze ist auch eine randomisierte klinische Studie gewesen an übergewichtigen Leuten, 100 hier, wobei das meiste auch Frauen waren und wir schauen uns mal das Ergebnis an. Das Interessante ist, dass das Ganze eben dann, ja, eben auch eine Dropout-Rate hat, die beim alternierenden Fasten höher ist. Das bedeutet, dass die Leute dieses alternierende Fasten wahrscheinlich nicht so gut durchhalten können. Ist also schwieriger. Das Ganze ging über 6 Monate, gefolgt von einer 6-monatigen Gewichts-, ja, von einer Haltungsphase quasi und dementsprechend auch relativ lang. Das Ganze muss man aber relativ betrachten, denn in jeder Gruppe waren hier rund 35 Leute und jetzt 13 Leute sind eben rausgefallen aus der alternierenden Gruppe, ja, beziehungsweise gerade mal 10 Leute hier auf der täglichen Kalorienrestriktion, was jetzt natürlich, ja, wegen der Gruppengröße relativ viel Prozent sind. Das heißt, wenn hier jetzt einer weniger wäre und hier einer mehr, dann wären das auch schon wieder fast gleich gewesen. Von daher muss man das immer relativ betrachten. Warum das Ganze aber trotzdem noch schwieriger ist mit dem alternierenden Fasten vielleicht, ist eben, dass die Leute hier gerade an den Fastentagen eben auch mehr gegessen haben, als ihnen gesagt worden ist. Sie haben also mehr als diese 25 Prozent gegessen, an anderen Tagen aber dann auch weniger gegessen. Das heißt, sie konnten dann nicht die ganzen Kalorien decken. Was dann natürlich sich mal im Detail angeschaut werden muss, um zu sehen, ob die dann, ja, wenn sie jetzt, was weiß ich, 50 Prozent hier gegessen haben und hier 100 Prozent, ist das natürlich auch nicht mal wieder so ein alternierendes Fasten, was man eigentlich macht. Auf jeden Fall scheint das Ganze ein bisschen schwieriger zu sein, dieses alternierende Fasten auch. Es gibt ja immer mehr Gurus da draußen, die sonst was verkaufen wollen. Wenn, was weiß ich, du darfst fünf Tage essen, wenn du zwei Tage fastest oder solche Sachen. Ziemlich fancy Sachen, die da draußen sind, aber am Ende, was hier rausgekommen ist, dass es eben keinen Unterschied gibt. Also, es kommt am Ende, was ihr auch immer schon wieder hört, auf die Kalorienbilanz der Woche, der Monate an, wie ihr euch eben ernährt. Und das ist entscheidend. Deshalb empfehle ich auch nicht, irgendwie solche Späße zu machen mit Fastenzeiten und so weiter, weil das Ganze eben deutlich schwieriger ist. Das heißt, ihr lauft eben Gefahr, dass ihr das Ganze früher abbrecht, als wenn ihr einfach jeden Tag eure Kalorien um 25 Prozent runterschraubt. Das ist deutlich einfacher und kann euch wahrscheinlich über längere Zeit deutlich mehr bringen, als wenn ihr so einen Scheiß macht wie einen Tag Vollfressen, einen Tag Fasten. Und dann kommt ihr sowieso meistens immer so in diese Richtung, dass ihr dann an dem Tag, wo ihr essen dürft, dann viel Scheiße in euch reinschiebt. Von daher, lieber clean essen. Schaut euch mein Buch an, Eat Smart, Be Fit ist ja kostenlos. Da findet ihr solche Pläne eben auch. Das heißt, ja, am Ende als Abschluss hier, es gibt keinen Unterschied zwischen dem Gewichtsverlust quasi oder auch der Haltungsphase am Ende oder sonstige Sachen. Es macht also keinen Unterschied. Es kommt immer auf die gesamte Kalorienbilanz am Ende an. Von daher, macht, was ihr am besten könnt, womit ihr am besten halt klarkommt. Aber ihr müsst nicht euch solche Sachen dann eben rein zwingen. Studie Nummer zwei beschäftigt sich ein bisschen mit den Darmbakterien bei Intermittenfasting. Es hat hier in Rattenstudien allerdings, aber auch bei Menschen gibt es eben auch ähnliche Studien, positive Auswirkungen natürlich auf das Gewicht und dadurch natürlich auch auf die Blutwerte. Das heißt, wenn ich Gewicht verliere, also die Ratten wurden eben übergewichtig hier gefüttert mit viel Fett und viel Zucker und dementsprechend waren sie dann übergewichtig und wenn sie dann wieder Körpergewicht verlieren, hat das natürlich positive Auswirkungen auch auf die Blutwerte. Interessant aber auch, dass dann eben auch die Darmbakterien sich wieder gebessert haben und dementsprechend ist es natürlich dann vielleicht eine Möglichkeit für Leute, die übergewichtig sind, die auch Probleme mit Darmbakterien haben oder sowas, so eine Art Intermittenfasting machen, wo man eben mal eine Zeit lang nichts isst und dann innerhalb von fünf, sechs Stunden oder was auch immer dann eben seine Nahrung zu sich nimmt. Kann den Körper eben heilen. Und auch generell natürlich Autophagie und solche Sachen spielen auch eine Rolle. Hier gibt es, wenn sich das Leute jetzt durchlesen, gibt es hier ein kleines Problem mit der Glucosetoleranz quasi, mit der Fastengruppe, weil sie eben deutlich mehr Insulin ausschütten quasi dann auch oder beziehungsweise deutlich länger oder beziehungsweise nicht, weil sie deutlich länger dann eben auch einen höheren Glucosespiegel haben. Das ist natürlich dann auch durch das Fasten eine bessere Fettverbrennung und dadurch natürlich auch eine physiologische Insulinresistenz. Wenn man jetzt aber zwei, drei Tage wieder ein bisschen mehr Kohlenhydrate isst, dann ist das auch wieder normalisiert. Ansonsten, ja, es gibt viele Leute da draußen, die sich eben darauf rumreiten oder es gibt auch Beiträge auf dem WDR, NDR, wo das war, wo dann eben nach einer High-Fat-Gruppe oder Fastengruppe oder wie auch immer dann eben mehr Glucose oder längerer Glucosespiegel eben nachgemessen wurde. Aber das ist eine physiologische Insulinresistenz, weil die Zellen eben in den letzten Wochen dann quasi gelernt haben, mit dem Fett zu arbeiten. Und jetzt kommt auf einmal wieder Glucose rein, das kann der Körper dann dementsprechend auch nicht auf einmal wieder verarbeiten. So, da muss man den Körper eben dran gewöhnen. Nächste Studie, interessant, und zwar der Risikofaktor für Insulinresistenz, also Übergewicht, Diabetes und solche Sachen, ist einer der wichtigsten Punkte, den man heute natürlich versucht rauszufinden. Liegt es jetzt an irgendwelchen Blutparametern? Aber es gibt ja auch sehr viele Hinweise darauf, dass es eben der Bauchumfang ist. Und hier das viscerale Fett eben, was man mit dem Bauchumfang misst, das schauen wir uns gleich auch nochmal an. Wie sieht das aus? Hier wurden eben dann einige Übergewichtige eben genommen für diese Studie, drei Jahre lang, und dann wurde das Ganze eben untersucht. Es gibt ja Leute, die übergewichtig sind, die auch stark übergewichtig sind, aber überhaupt gar kein Problem haben mit Insulinresistenz oder Diabetes oder sowas. Und dann gibt es Leute, die sind relativ schlank und haben Probleme mit Diabetes, Insulinresistenz, obwohl man es denen überhaupt nicht so auf den ersten Blick ansehen würde. Die haben aber dann meistens, und das ist eben mittlerweile ein sehr signifikanter Risikofaktor, eben viscerales Fett bedeutet halt der Bauchumfang. Was ist das? Wenn wir uns das mal angucken, könnt ihr das selber auch mal nachprüfen an euch, oder so schauen wir uns gleich nochmal an. Hier das viscerale Fett gilt eben der Bauchumfang. Das ist mittlerweile schon ein sehr guter Hinweis darauf, ob ihr eben Gefahr lauft, in Insulinresistenz oder sowas zu gelangen. Das Ganze tritt deshalb auf, weil es eben auch Hormonstörungen gibt, gerade Testosteron und bei Frauen natürlich auch, gerade viel Cortisolausschüttung, Stress und so weiter. Man kennt es, Stress führt zum Übergewicht oder kann zum Übergewicht führen, weil man eben dadurch den Hormonhaushalt natürlich auch verschiebt und der Körper überhaupt nicht mehr runterfahren kann, niedriger Testosteronspiegel und so weiter und so fort. Jetzt kann man sich hier schon vorstellen, dass natürlich übergewichtige Menschen, die eventuell sportlich trotzdem aktiv sind oder weniger Stress haben, dass die natürlich dann weniger Cortisol ausschütten, dass die eventuell einen etwas höheren Testosteronspiegel haben und damit natürlich dann keine Probleme mit dem Visceralfett. Das heißt, es gibt natürlich immer auch bei den Übergewichtigen dann Unterschiede, wie ihr Lebensstil ist und dementsprechend muss man darauf achten. Deshalb sage ich, das Allerallerallererste, was ihr immer von mir zu hören bekommt, ist quasi, wenn ihr eine Ernährungsumstellung macht, wie sieht es mit deinem Stress aus? Hast du da irgendwelche Probleme mit oder sowas? Wenn du den Stress nicht in den Griff bekommst, kannst du eigentlich alles andere, wird alles viel schwieriger und ist auf jeden Fall die erste Stellschraube, an der ich immer drehen würde. Von daher ist es natürlich in Verbindung hier auch mit Arterienverkalkung und solche Sachen und dementsprechend natürlich die Folgeerkrankungen daraus, Herzinfarkt, Schlaganfall und so weiter. Und das ist dann eben ein Marker, den man messen kann. Hier wurde auch der Body Shape Index jetzt als neu eingeführt, quasi aufgezählt. Was das Ganze ist, das kann man sich auch eben hier nachlesen quasi und dann wird eben der Taillenumfang mit dabei genommen. Könnt ihr besser als den BMI vielleicht rannehmen, um den Risikofaktor für Insulinresistenz oder sonstigen Krankheiten eben zu messen. BMI sagt ja nichts aus, das wisst ihr mittlerweile. Das heißt, BMI kann natürlich auch Muskelmasse sein, das Fett kann gut verteilt sein, aber der Taillenumfang wird eben hier dann mit einberechnet und das ist eben dann ein Marker, was dahinter steckt. Von daher, messt euren Bauch mal, könnt ihr einfach mal einen Versuch machen, wenn ihr in einer Familie welche habt, die vielleicht Diabetes haben oder sonstige Erkrankungen, könnt ihr mal gucken, wie es mit deren Bauchumfang so aussieht. Ist natürlich nicht der einzige Faktor, ganz klar, aber ein starker Risikofaktor kann das schon sein. Dementsprechend hoffe ich, dass euch das Video ein bisschen was gebracht hat und ihr nicht irgendwelche komischen Diätformen mit Fasten ausprobiert oder so, weil das bringt euch am Ende dann wahrscheinlich relativ wenig. Intermittelfasting kann man auf jeden Fall machen, bringt den einen oder anderen Vorteil, was eben auch den Hormonenhaushalt betrifft und so weiter. Und ganz wichtig, wie gesagt, vermeidet Stress. Das ist der allerwichtigste Punkt, wenn ihr nicht ordentlich schlafen könnt, wenn ihr nicht ausgeschlafen seid, wenn ihr den ganzen Tag gestresst seid, wird euch das alles wenig bringen, weil eure Hormone sind die wichtigste Stellschraube überhaupt, was auch die Gewichtsabnahme oder Muskelaufbau oder sonst was betrifft. Ohne guten Hormonhaushalt geht da nichts. So, ich hoffe, euch hat das kurze Video was gebracht. Daumen hoch natürlich, nicht vergessen, eure Kommentare unten rein, ob ihr vielleicht so ähnliche Erfahrungen gemacht habt, ob der Arzt bei euch schon mal irgendwie den Bauchumfang gemessen hat oder wie auch immer und was er dann dazu gesagt hat. Ansonsten war es das mit diesem Video. Bis zum nächsten Video. Ciao.